ja moin zu youtube, ich bin euer René von FAMBLOG willkommen zu weiteren teilen ja gestartet hatte ich es noch nicht aber ihr seht schon weiter geht es mit 1.19 in meiner kleinen feinen Minecraft Welt wir hatten ja hier angefangen uns die Steu-Do-Hobbys zu basteln clean läuft alles ab ton läuft, wild läuft sieht erstmal supi aus ok passt das werden wir gleich sehen wenn wir die verbinden wow ne jetzt müsste Eiche sein, nur das ist deutlich heller ja aber ich wollte jetzt nicht Doppelholzer verballern damit man schon ein bisschen kleinen Kontrast hat so dann nehmen wir uns nochmal die Bisse bier komm mit ja passt aber ich glaube erst erst gehen wir schlafen so so da alle ne ich glaube da oben auch da hinten ein Block draus sitzen und dann kommt auf einmal so ein Mr. Skelett um die Ecke darauf habe ich jetzt auch nicht so wirklich Bock ja wollen wir die Ziegel glaube ich auch dazwischen machen das sieht nämlich schon nicht schlecht aus ich weiß gar nicht wie machen die nochmal mit ja mit Bruchstein das ist glaube ich so viel da wird gar nichts mehr haaaaaaaaaaaaaaa ah ah ja richtig joh ich gar nichts mehr haben joh ich weiß gar nicht ob wir hier ein kleines Höhchen hin und naaa das hat keiner gesehen du ich bin zu weit an die Kante gekommen machen wir uns mal einen Baustuhl ich weiß jetzt nicht ob wir auch halt da wo und sind die Wegzüge so kaputt hä嗎 als ob die vor dem runterfall so kaputt gegangen wären Es kommt wohl da nicht um die Spitzhacke von mir ist auch weg, Manu. Ja, ich habe doch Sneaken vergessen. Das ist mein Problem. Nimm mal eben die Spitzhacke mit. Gucken wir mal die Sohle abbauen. Wie viel müsste die Spitzhacke gar nicht aushalten. Aber ist ja auch zumindest Gold. Nehmen wir erstmal drei Stück mit. Dann können wir uns nämlich nochmal eben... nochmal eben die Spitzhacke gemacht. Dein Ernst? Man... Wie... Ich kriege doch einen Stock da rein. Kollege Schnürschuh. Glas hatten wir nur gemacht. Was? Eisen haben wir schon? Ne? Wo habe ich denn das Eisen her? Hä? Ja okay, die anderen Aufnahmen sind jetzt schon ein bisschen näher. Wo habe ich denn das Eisen her? Ja. Also Eisen war auf jeden Fall da unten gewesen. Ne? Ja, das habe ich gesehen. Aber die habe ich ja nicht abgebaut. Ich bin ja gestorben. Hehe. Oh, ich stelle Eisen her. Okay, wenn man dann schon mal eine Axt... Ja, okay, dann werde ich mir schon mal Eisen Tool machen. Weil macht ja jetzt überhaupt keinen Sinn. Das möchte ich dir überhaupt helfen. Kann ich sehen? Komm hierher. Die Tower. Kann man auch alle zu Sticks machen. Nein. Die brauchen wir nicht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und... Schippe können sie mir nicht gönnen. Auf jeden Fall. Neun Eisen haben wir eine Y. Ich werde jetzt aber erstmal einmal... nach unten steppen. Dann kann ich ja die anderen Eisen schon mal mitnehmen. Die da gerade ums Eck geflossen sind. Zack, zack. Kupfer brauchen wir gar nicht. Können wir mitnehmen. Aber eigentlich braucht man das... Ich glaube Deko bleibt es. Ja, oder Fernrohr kann man halt machen. Oder Blitzableiter. Das gibt es noch. Kann man irgendwie schnell hier... Und ich gucken, ob hier was ist. Aber ich habe jetzt auch keine Fackel oder was auch immer dabei. Ich weiß gar nicht, ob man dann... Auktionen... Äh... Bildra... Ha... 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 Bestimmt kann man auch irgendwo die Helligkeit dunster... So sieht das aus. Weil dann würde ich das nämlich für die Aufnahmen... Kann vielleicht nochmal ein bisschen höher... Kann man auch hell machen... Ja... Also tut jetzt auch an der Aufnahme nichts ändern und ihr habt das natürlich beim Aufnahmen... ein Stück heller... Das ist der Vorteil... Das ist der Vorteil... Oh nö... Komm her... Sprengung... Toll... Das Wasser hat jetzt nichts gebracht... Mist... Ey warte doch... Ich habe nichts zum Wehren und du einen mehr hast... Echt ey... Hier haben wir aber schon mal einen kleinen Hüllengang... Geht in beide Richtung... Ich hoffe ich habe jetzt alles... Sieht mir erstmal sehr gut aus... Die Glücksspickshacke in Gold ist auch weg... Bisschen sogar Stein... Können wir schon braten... Das Eisen haben wir auch wieder mit... Perfekt... Und immer vergesse ich... Was zu essen mitzunehmen... Ne... Das hat jetzt keiner gesehen... Ne... Das hier Essen im Inventar ist... Das hat jetzt keiner gesehen... Erstmal reichen die Hälfte... Die Hälfte können wir auch... Erstmal Fackel machen... Geht das? Hm... Ist das eigentlich beleuchtungstechnisch... So... Happy Happy Happy... So... Irgendwie haben wir heute noch nichts geleistet... Außer gestorben... Gehen die Blöcke dann so... Hm... Weil gehen die nicht so... Doch... Man kriegt sogar vier raus... So viele brauchen wir dann... Gar nicht... Den passen haben wir auch... Weil hier kommt der... Da können sie noch... Ich glaube aber wenn man Glas Blöcke zum Beispiel benutzt... Tun die glaube ich auch mit den Türen... Connecten... Können wir mal einmal testen... Ja... Also Glas Blöcke können wir hier auch verwenden... Aber die wären... Okay... Nach hier hin... Richtung... Wasser... Würde natürlich so eine Glasfront richtig geil aussehen... Um natürlich richtig aus Wasser zu gucken... Würde so eine Glasfront... Richtung Wasser... Das macht was... Das Schlafen das macht auch was... Sonst... Zu viel... Eine Zuckerrohr könnten wir auch nochmal eben abernten... Zaki Zaki... Zuckerrüppel Papi... Das hier hinten könnten wir eigentlich auch mitnehmen... Und das brauchen wir eigentlich auch gar nicht anpflanzen... Weil... Das weckt so schnell... Eine Riesenfarbe brauchst du da gar nicht... Man kann natürlich auch wenn wir es haben... Und im Keller waren... Redstone zusammen basteln... Von uns... Dann auch eine Dingsfarbe bauen... Ein Bleistift... Das wieder auf... Um zu nuckeln... Wie viele... Nee... Boah... Die Zaki... Nee... 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 Was haben wir zu viel da versetzt... Man... Was ist das? Die Wisseste Gliederfüßchen... Ja, das... Problem ist... Ich sollte... Ein Kino mehr Essen mitnehmen... Weil... So... Ein Bisschen... Man... Man braucht... Ein Beides... Noch ein... Oef... Und... Ein Bisschen... Steil... Warum immer so... lohnt sich gar nicht verhält sich gleich level in der hand wir haben auch schon ein bisschen mehr eis und reis aus dann können wir dies auch schon mal mitnehmen voll iron wäre natürlich auch schon mal schön schmuck so nehmen wir uns hier noch mal ein paar dinos mit wenn wir hier unten schon mal rumflitzen dann mal so kupfer lohnt sich jetzt auf keinen fall irgendwie abzubauen als jetzt so märz was man nicht so wirklich braucht wenn wir schon am nächsten öfen bauen dann wollen natürlich auch noch mehr ein bisschen mehr kohle wird auch noch mal ein bisschen mehr sinn machen hat für einen schaden du kassierst ja lecken noch mehr boys wollen da nicht sein wie solche zwei skelette auf einmal töten und 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 Meine Herren, immer diese Action an die Prediction. Und dann war doch noch ein Kollege. Kann auch sein, dass sie sich selber angegriffen haben. Full Iron macht irgendwie Sinn, du? Ey, ich schreck mich nicht so, sauer. Ja, wow, aber so ein bisschen Eisen hätte noch mal ein bisschen mehr Spaß gebracht. Haha, weil ich glaube, ich hatte alles abgebastelt. Ja, es macht für mich auch bald den Abgang, da haben wir noch Eisen. Da geht's ordentlich abwärts, aber jetzt haben wir keine Spitze. Viel kommen wir damit noch nötig noch nicht klar. So, dann gehen wir jetzt noch mal nicht übel. Oh, lass mich raus aus dem Haus. Hallo. Lass mich raus aus der Hüt. Das waren mir schon wieder so viele Tohderhäuser. Boi. Ui. Die Unterwelt ist nichts für uns. Ha. Ja. Uh. Ja. Wir wollten uns nochmal einen zweiten Öfen bauen. Nein. Nein. Äh. Nein. Äh. Nein. Oh. Wir beide bauen jetzt nicht. Einer reicht. Erstmal. Dann haben wir nämlich zwei. Kann man nochmal Bruchstein bauen. Hier haben wir Eisen nicht mehr drin, ne? Aber hier. Vier Stück. Was kriegen wir denn? Oh, 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 oh. Sagen wir mal so, Brustplatte ist erstmal das Wichtigste. Das ist immer das Gelbe vom Ei. Dann ist was Wichtigste. Ja, können wir erstmal Hose machen, auf jeden Fall. Höschen, Höschen. Höschen, Höschen. Hallo, Höschen. Höschen. Ja, Höschen. Höschen auf jeden Fall. Auch das Einzige, was wir haben, ist erstmal, ja erstmal Schuhe. Die haben wir ja. Wie hier, Schuhe haben wir ja. Da können wir auch essen. Ja, mehr kriegen wir auch noch nicht hin. Also, dann müssen wir nur noch auf Schuhe hoffen. Vier Stück, äh, zwei Stück und dann haben wir, äh, sind wir wohl equipt schon mal auf Eisen. Das fühlt sich nämlich schon mal ein bisschen besser an. Ja, und in der Sinne... In der Sinne, will ich mal Sorgen... Ach so, kann man sich auch Dings, äh, äh, machen, Kordinaten. Ah. Ne. Oh, jetzt ist Screenshot. Das kann auch gewesen sein. Ups. Wollte ich gar nicht, aber trotzdem... Was wollte ich jetzt sagen? Ja, das Video beenden. Und nochmal schlafen gehen. Und dann würde ich mal sagen, wenn euch das ganze Ding heute wieder gefallen hat. Und drück mit Gönnes Däumeln nach oben. Lass mir ein Abo dir. Ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und... Tschüssi! 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 Tschüssi!